Während eures Aufenthalts habt ihr Arbeitsdienst zu leisten. Hey, der Blonde da im Tour, der ist nicht mal schlecht, ha? Du spielst Fußball und du bleibst schön still. Stumm. Er ist ein verfluchter Nazi. Er hat wie alle seine Hand zum Gruß gehoben und Heil Hitler geschrien. Aber wahrscheinlich hättest du deinen auch gehoben, um die Mannschaft vor dem Abstieg zu bewahren. Ich hätte lieber mit dir getanzt, als auf dem Schlachtfeld zu stehen. Fußball ist auch eine Art von Tanz. Ganz sicher nicht. Es ist absolut barbarisch. Ihnen wurden mehrere Orden verliehen, unter anderem das eiserne Kreuz. Das bedeutet nichts. Wie soll das mit uns sonst funktionieren? Du musst mir vertrauen. Geben Sie da raus und geben Sie etwas zurück. WDR 2022 AG 2000